Willkommen, neues Video, lange weg. Ich habe mich gefragt, habe gegrübelt, nach lange überlegen, was könnte man zocken. Auf, entspannt, um wieder zurückzukommen, weil neben Minecraft Date Ariane. Ich habe dieses Spiel in meinem ganzen Leben noch nicht gespielt. Ich habe richtig Bock drauf, Leute. Das Ziel bei Date Ariane ist, diese wundervolle Frau mit dem etwas zu dicken Bein hier rumzukriegen. Du wurdest zu einem Blight-Date mit einer Frau namens Ariane eingeladen. Das ist ihr aus. Sie erwartet dich bereits. Hi, ich bin Ariane. Was geht ab? Schau mal, wie sie da steht. Schnucklig. Ihr wartet doch schon drauf, dass das Flugzeug in die Landebahn betritt. Und ihr versteht, was ich meine. Lasst uns einander besser kennenlernen. Komm, wir lockern mal die Situation ein bisschen auf. Sagen was Lustiges. Komm, alles Schöne im Leben hat einen Haken. Es ist unmoralisch, illegal oder es macht dick. Really, nigga? Ja, richtig lustig. Also wir könnten jetzt natürlich hier direkt auf die dritte Base gehen und pumpen, weil du liest dir ein Gedicht vor. Yo, du gibst dir einen flüchtigen Kuss auf den Mund, digga. Flüchtig sieht man das nicht aus. Die genießt es, ja? Jetzt müssen wir gucken, was machen wir jetzt. Yo, achso, Burgerladen sind wir jetzt drin? Hä? Ja, also, ne? Die Bekleidung von den Leuten, die uns hier servieren. Mann, was ist denn da los, du? Aaaaaah! Ladies and gentlemen, we got him. Gute, als erstes, komm, bevor wir hier irgendeinen Scheiß labern, beiß richtig fett in dein Essen rein. Komplimente beim Essen, wer braucht Komplimente beim Essen? Was sagst du denn beim Essen? Oh, bist du sexy mit dem Brokkoli zwischen den Zähnen, oder was? Haha, was? Junge. Okay, worüber sollen wir reden? Ja, Sport, weißt du? Sport, darüber redet immer irgendwie jeder gerne. Jeder hat da irgendwas zu erzählen. Geht schon. Also, sie sagt, sie schaut nicht so gerne, sie schaut, sie, äh, sie spielt, also, pff. Digga, was laber ich? Meine Pommes sind wenig fettig. Woher soll ich denn wissen, ob meine Pommes fettig sind oder nicht? Was ist denn dein Problem? Ich spreche mit ihr, ne? Lesen, der ja, wie juckt denn lesen. Am Ende kommt die noch mit irgendeiner Scheiße von, keine Ahnung was. Gut, das mögen wir denn für Filme, ne? Meistens schaue ich Filme für Erwachsene, du weißt schon. Ladies and gentlemen. Was sind das auch für Antwortmöglichkeiten? Ich weiß ganz genau, wenn ich sowas mag. Ich mag kleinere Independent-Filme und ausländische Filme. Sagst du, ja, kennst du diesen einen Schluck, Schluck, Schluck? Dann denken wir, was? Guck mal, wir sagen hier, ich mag Komödien am liebsten. Hey, sie auch Komödie. Guck mal, wir haben direkt den Perfect Link wie in FIFA zueinander. Also ehrlich, das mit dem Essen hier geht mir schon ein bisschen zu lange, ne? Ess dein Essen. Bruh. Yo! Vielen Dank. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020